Mein Name ist Shevkid Dirijan, ich bin Rapper und Sänger. Eric Burden, weil Eric Burden, Blackman Burden, mich damals, als ich 10 war, schon geflasht hat und ich habe dauernd diese Kassette angehört. Na, inzwischen ist es Tango, da kann man viel besser mit einer Frau tanzen. Gangster Poetry, dann nicht in Deutschland, weil in Deutschland ist Poetry Slam immer so ein bisschen kabarettistisch und irgendwie so klamaukig, allerdings in Amerika oder in Frankreich. Da weinen die Leute auch, während die dann so eine Poetry aufsagen und diese Gefühle vermisse ich in Deutschland. Oh man, dieser Song wird mich immer verfolgen. Auf jeden Fall, Sujuk und Ei. Sujuk und Ei, Sujuk und Sujuk und Ei, Sujuk und Sujuk und Ei, Sujuk und Sujuk und Ei, ich habe irgendwie die Sujuk gefilmt, wie ich sie mache und alle Fans meinten so, es wird so ein Song und dann ist halt einer geworden, war aber gar nicht so ernst gemeint, aber wahrscheinlich sind das immer die Besten für die Leute. Ich würde sagen Schmelztiegel, sehr viele Kulturen, alle Leute sind broke und frei. Und auch die Rich Kids laufen broke rum und das macht alles so ein bisschen sympathischer. Es ist jetzt nicht Charlottenburg, aber es ist jetzt auch nicht so dieses Marzanige. Trotzdem kann man von hier aus sagen, man ist am besten Ort der Welt. Was ist das? Äh. Wten. Oder? 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 Vielen Dank.